So ab und zu einmal, sag Dankeschön mit roten Hosen. Sie wird verstehen, du wirst schon sehen. Hast du schon mal angegabt und ist ihr klar, was sie so alles hat, das ganze Jahr. Sie ist eine gute Frau, halt ein Tag aus. Sie zieht die Kinder groß und kümmert sich ums Haus. Sag Dankeschön mit roten Hosen zu deiner Frau.